in der rechte maustaste auf dem baum was wir ja gerade machen wollen ja den dschungel abholzen für holz dann kann wenn du das machst dann holzen die erstmal ganz im bereich vom dschungel weg wie viel wie groß ist denn ihr inventar keine ahnung weil die laufen automatisch normalerweise zu der kiste die am nächsten ist oder sporn hat zu dir und lernst du fast so ihr blöden minion jetzt mal ein bisschen power so ich hoffe nur die chance soweit geladen bleiben aber das sollten die ja eigentlich um hier den wald ein bisschen abzuholzen gut bringt ihr das zeug zu mir oder du kannst auch mit der rechten maustaste auf mich also shift rechts klick machen dann bringen das auch direkt in die kiste rein ja aber dann hören sie aufzubauen abzubauen ja dann schick sie ja wieder hin aber dann sind sie einmal auf eine kiste fixiert weißt du dann dann mache ich das jetzt sofort sollte funktionieren ich versuche da reicht diese eine kiste nicht da kommen meine gerade glaube ich meine sind schon hier ja es kann doch meine sein kann ich deine schlagen das sind meine aber ja du brauchst auch meine schlagen der hat gebrannt tut mir leid ich weiß nicht wo meine bleiben sind schon wieder weg ich sage nicht die das nur eine gewisse reichweite schicken ich kann ja gar nicht mehr neu sporen wird habe ich denn eigentlich sagt über abbauen kommt jetzt mal her ja ich glaube zu weit entfernen kannst du die befehle nicht machen schon ein ganzes stück eigentlich schon bei den hinstellen 1 und dann zu bauen eine einer von meinen macht hier diesen dicken baum gerade ja einer jau und gerade so weg ich suche meine gerade ehrlich gesagt ob die immer mehr als ein manner elementar dann tötet es ist es schlägt nicht die ganze zeit ich habe keine nahrung mehr ich glaube jetzt sind meine auch langsam mal am arbeiten ist eigentlich noch jemand in der bude und greift die also ist die gar rein können wir ja gar nicht wobei da sollten wir mal gucken ob wir da auch einen müsste haben wir ja ein mystisch mod für der die ganzen ärzte durchbrennt also ich bin nicht dort und zwar da aber es leckt einfach zu doll grad bei mir in kaum was machen also bei mir laufen es gerade mit 30 ich sehe es ja auch in fraps zu 30 fps stabil also ich habe keine probleme und das ist jetzt eher der grund hat einen richtigen das fraps gerade ein bisschen natürlich ist deshalb fraps dann machen ob man will so ich möchte jetzt aber dass meine minions wieder zurückkommen und mir die ganzen ressourcen mal bringen kommt er in jens also dann schicke ich meine auch mal zurück sie sind das deine vier ja das meine ich glaube da kommt einer von mir allerdings allerdings checken jetzt nicht dass hier stehen bleiben sollen dann bestrafen weil das ist strafbar da habe ich sie aufschlagen naja wo sind meine hauptsache wir kriegen jetzt gar nicht mehr hin dass die minions überhaupt auseinanderzuhalten wie gesagt noch mal wenn ihr dann offline geht das wäre schön wenn dann auch ein andere farbiges backpack hinten oder so ja trotzdem bitte tut mir den gefallen und baut definitiv dann macht die minions weg wie kommen die die spawnen hier sind meine vier indem du m drückst und dann das oberste trage mich so man kann übrigens auch das haben wir schon mal kohle lässt dass wir ihnen sagen hier tragt mich mal da oben hin hallo man kann die minion zeit zu schicken jetzt läuft er mit mir rum ins klar ein bisschen weiter geschaffen ja meinst klar wollte ich selber auch am laufen wenn ich glaube ich sehe dich nicht meiner der weiß kann nicht wie er laufen soll glaube ich so das ist auch eine ganz nette sache aber da habe ich das hat keinen lust mehr und dann schön die bäume fallen in der umgebung so der exit er ist die ganze zeit schon so still sagt nichts mehr ich bin am bäume fällen bäume fällen weil ich würde ich meine minuten lassen das auch schon ganz schön spät wieder ein ja wenn jetzt noch ein bisschen wie sagen jetzt auch voll mit holz wir haben jetzt auch schon viertel vor zwölf alter muss das ganze noch kommen ja das geile ist ja wenn du die minions da so gesehen auf die bäume schickst warum sind meine minuten schimpft wieder weg hier stehen welche er sind aber die meine doch ihr soll diesen scheiß baum da bitte einmal danke ich habe noch 20 selbst links aber hier ist einfach kein platz dafür ja ich habe auch noch 15 also ich denke mal wir müssen uns da eine neue farm anlegen wir müssen uns wohl doch ein bisschen umsiedeln ja das sowieso ich würde sagen wir versuchen auch eher in eine ebene zu kommen oder exy wir suchen uns so ein teil wie wir da gesehen hatten jetzt die letzte viertelstunde vielleicht noch mal dazu nutzen einmal um den kompletten dschungel rumzulaufen ich glaube das könnten wir schaffen wer mitkommen möchte ich laufe einfach mal los warte ich habe uns eine hut ja das wäre echt geil diese da was wir da gesehen hatten als wir getestet haben oder wir machen hier doch twilight forest auch willst du dich direkt in twilight forest verkrümeln oder was der fahrer hat 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 die sind auch ganz leid ist und sogar und die gegenseitigen kühlen oder was ich möchte schicken bekommen vom minden stück weil stück ja auch für mich das so also ich glaube ich habe eine wüste gefunden wäre ja auch die idee oder meine wüste bauen ja das ist eine wüste aber wüste ist nicht schön dann ist daneben direkt glaube ich hier den 6 3 jutsch biome ja da hinten ist normales bier und da war ich vorhin als ich schafer holen wollte hier ist extrem hilds biome wäre auch eine nice idee in einem berg zu bauen habe ich schon mal im let's play gemacht kann man nicht immer ganz gut an da bildung setze im berg ja das würde ich ja auch gern bauen dass das würde ich glaube ich nicht so bauen weil wir müssen ja auch daran denken wir sind jetzt hier so ein bisschen mystisch mittelalterlich also ich würde ganz gerne gucken dass wir so ein bisschen mystisch mittelalterlich immer bauen wir haben jetzt hier nicht technik und technik technik orientierte mods drin sondern wie gesagt mystik im mittelalter und da sind das ist auch gut wir können man zwar squirrels töten weil wir brauchen demnächst einen writing der erst und die sind sowieso relativ wichtig so und ich weiß kann ich geben die nahrung in zwischendurch sonst mal fragt fragment sowie das gestorben ja ich glaube man gut also nächstes mal fangen wir dann ein bisschen früher handeln mit let's play ja ja ich glaube am freitag wir sind alle heute früh aufgestanden das war vielleicht die schüler und ja gut ich habe zweieinhalb stunden schlafen das ist schlecht aber da habe ich gerade eine nachricht gekriegt in skype das ist nicht gemütet aber meine fische machen trotzdem weiter das ist doch gut aber weißt du was ich gefunden habe da hatte ich schon mal blumen da hatte jemand schon nach gefragt das wäre ich habe gerade zu kommen als hat ich doch auch schon mitgebracht ja aber nicht viel bringt wir brauchen ich habe ein bisschen auch an dann haben wir gerade ein paar blühen an bauern an dingen an dingen genau wie sieht eigentlich hier fast wäre ich jetzt in der rein bei einem rucklacken stürzt ich habe was richtig geiles gefunden und was dann lebt hier so ein defturm noch mal so ein battle turm ja und ein kleines häusli mit kamin sollten der dev cubes nicht noch diese diese battle tower nicht normalerweise 500 blöcke weit weg sein hier steht ein brewing stand den werde ich gleich mitnehmen kannst du machen die gewinnen wir bringen auch den kessel mit damit können wir dann habe ich auch später nach was schönes das ist so schön so ich werde jetzt versuchen zurückzukommen und dann werden wir das play auch beenden im notfall werde ich dann die die jetzt noch weit verstreut sind einfach mal zu mir porten ich weiß das könnte man auch als cheaten ansehen aber in dem fall wir wollen wie gesagt jetzt auch die aufnahme beenden hier ist der battle tower den wir vorhin schon halb durchgekloppt haben und ich guck mal ob wieder schnell irgendwie ob dann bist du wahrscheinlich ganz in der nähe von mir wir haben zwei dann kann auch sein dass du den zweiten gefunden hast der hier der ist direkt neben unserem geistet unserem dschungel wo wir gespawnt sind ich setze mir einfach mal so sieht auch nice aus also für hier hätte ich auch eine geile idee zu bauen an dieser stelle so in mitten im dschungel an einem see wo die minion schon alles weggeholzt haben so ein riesen berg und in diesen glaubt meine minions haben da unten meinen stab eingesammelt ich kann die ja schlagen aber ich kann die nicht mehr dazu zwingen sachen in die kiste zu tun dann versuchte einfach neuen zu kriegen also könnte ich jetzt meinen geben ich weiß es nicht das ist wenn man treppen umgehen möchte nicht umsonst dafür da und dann springt man einmal daneben und dann ja das gute ist ja das mit der 1 4 eingeführt worden ist dass man treppen sprinten kann wisst ihr das eigentlich schon na gut ich würde euch einmal bitten näher oben in unseren kistenraum zu kommen dann werden wir die auch bekommen wie hinten was ich zu drehen seine minions kommen gerade hoch der typ hat ein gehirn und daran warum hat würde ich geschlagen naja so kommen wir hier noch irgendwie einsortiert bekommen ich habe eine stern schnuppe gehört aber nicht gesehen ja ich habe die also das gab es nicht mal aufbauen hören und das hier wird die kiste für holziges oder was über ihn haben wir irgendwas getroffen wir sind gerade hochgekommen oder die hochgerannt und das wäre trotzdem schön wenn er jetzt hochkommt mit mir spielt gerade mein komplettes team und skype verrückt da wird irgendjemand was von mir ich würde das ungern jetzt hier in der aufnahme noch machen würde ganz gerne beenden ja übrigens pascal hätte ich jetzt nicht unbedingt da reingeschmissen ja warte ich habe noch gewonnen was denn da haben wir das jetzt hier in die gebrachten wir das weil hinten steht nur eine kiste ja ist ein brot woher haben wir place paula dankeschön das ist von mir das habe ich von so einer pflanze bekommen okay gut gut ist so ich bin im haus gut 1 2 3 da fehlt noch jemand wo ist unser double ich bin schon da ich musste gerade 600 blöcke war drin dann warst du definitiv bei dem zweiten battle tower so ich hoffe euch hat die erste aufnahme schon gefallen auch wenn wir teilweise ein bisschen ruhig waren nächste werde ich würde ich mal sagen gehen wir langsam in die bauphase über ich habe jetzt ein nettes fleckchen von mitten im dschungel werden wir uns danach einmal anschauen und oder werden wir uns dann beim nächsten mal anschauen ob wir alle damit einverstanden sind danke euch bei mitmachen ein problem immer wieder gerne und dann hoffen wir mal dass wir in der konstellation jetzt öfters mal dieses let's play fortführen können damit deshalb regelmäßig für euch kommt auf youtube und sagt dann mal bis zum nächsten mal